Heute ist es soweit, der Hu Tao-Banner ist raus und ich werde auf jeden Fall wieder drauf pullen und habe mir wieder den Glücksbringer, den Mago, mitgenommen. Let's go! Heute wird's abgeholt, abgesahnt wieder. Heute wird abgesahnt. So, mein Ziel ist es Hu Tao auf C1 zu bekommen. Die Chancen stehen gut, weil ich habe zur Zeit echt viel Glück. Jawohl, da müsste jetzt eigentlich wieder Unglück kommen. Ja stimmt, beim letzten Mal hast du gleich bekommen. Beim letzten Mal habe ich gleich bekommen, ja, und dann gleich zweimal. Ja, aber da würde ich sagen, starten wir gleich mal los. Stern und Bild steht nicht gut, aber... Stern und Bild steht nicht gut, gutes Wortspiel. Ja, dann starten wir mal mit unseren ersten 10. Also ich bin tatsächlich auf 0, habe beim letzten Pull Pity gezogen. Also let's go, die ersten 10. Ein rein, ein rein. Okay, 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 okay. Können wir mal überspringen. Ja, Beidou, nix dabei. So, das zweite. Let's go! Komm! Oh, ne! Ah, Mann! Aber schwing schon, den ich schon C6 habe. Hey, noch Pull! Noch Pull, ja! So, jetzt, hör! Also, wahrscheinlich komplett einmal durch, hä? Wahrscheinlich komplett einmal durch. Oder ich habe jetzt nochmal... Vielleicht habe ich jetzt nochmal Glück. Ne. Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe mein Glück für heute verbraucht. Komm, Mago-Glücksbringer, los! Nein, wird nix. Scheiße. Du bist halt ein Unglücksbringer. Oh, ist das Pain! Oh, ist das Pain! Oh! Komm nochmal, jetzt! Oh, das nächste Mal, jetzt! Komm, 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 komm! Let's go! Ja! Oh! Jawoll, da ist er! Oh, bitte! Rein! Oh, bitte, 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 bitte! Komm, ich spür's! Ich spür's! Bitte! Der ist es! Oh Gott! Alter! Okay, okay, okay! Oh, bitte, 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 bitte! Oh, der Nächste, der Nächste, der Nächste! Und... Oh, ne, doch nicht das Buch! Scheiße! Scheiß Bücher! Was ist denn das hier? Ich brauche keiner! Ja! Jawoll! Ja! Huh! Huh! Nice! Oh, Gott sei Dank, ey! Glück gehabt! Alter Schwede! Unterbogen! Unterbogen! Die Steinschleuder! Die Steinschleuder! Also, wir haben die Steinschleuder bekommen, Gott sei Dank! Alter! Das war's jetzt wieder mit unserem Pulling! Nein, Spaß! Aber da bin ich jetzt auch ein Guide! Ein Steinschleuder! Ein Steinschleuder! Ein Guide, Alter! Nice! Nice! Jetzt kann ich sie... Jetzt kann ich sie Gott sei Dank Simon machen! Ja! Gott sei Dank! Genau! Wenn ihr wissen wollt, was das bringt, dann müsst ihr euch den Guide anschauen! Genau! Wenn ihr wissen wollt, was das tatsächlich bringt und wie euch das hilft, dann schaut gleich mal in die Videobeschreibung, denn da findet ihr meinen neuen Guide, der gestern... Ne, der heute rausgekommen ist! Roter Flug! Das wollten wir! Dann sehen wir uns beim nächsten Pull-Video! Wahrscheinlich auch wieder mit dem guten Maggo als Glücksbringer mit dabei! Das funktioniert! Ja! Ja! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!